Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt? Bei dem Einzigen und Wahl. Hunter? Ja! Und seine Armee von Helfern. Ehrlich? Ihre Tochter Eleanor ist auf der Suche nach dem perfekten Mann. Jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, sagen sie, es ist total okay, dass ich in keiner festen Beziehung bin. Ich weiß, Sie kennen mich nicht, aber seien Sie mein Freund. Nur für einen Abend. Oh, auf keinen Fall. Was würde meine Eltern so glücklich machen? Wir müssen uns darauf einigen, wie lange wir uns schon kennen. Und wie dein Name ist. Ihre Schwester Emma ist auf der Suche nach dem perfekten Geschenk. Das ist alles ein Missverständnis. Und wie kam der Schmuck in Ihren Mund? Ich hab gedacht, es wäre ein Pflätzchen. Und Ihr Sohn Hank genießt die Freuden, alleinerziehender Vater zu sein. Hör zu, Madison macht in letzter Zeit schräge Sachen. Wenn ihr nicht lachen würdet, wäre das toll. Grandma und Grandpa sind da. Sag mal hallo. Hi, Madison. Du bist so ein Arsch. Das nicht. Besinnlichkeit und Freude. Es ist Weihnachten, als ob man auf Befehl fröhlich sein könnte. Egal was passiert, wir sind eine Familie. Hört, hört. Immer schön langsam, nicht wahr, Schätzchen? Mom. Mom, Dad, das ist Joe. Wir sind verlobt. Darauf müssen wir anstoßen. Ich bin Alkoholiker. War nur ein Scherz. Ja. So ein Scherz geht's. Ja, ich kann einfach nicht anders. Oh, versuch's. Würden die Großeltern in Gang 7 bitte kommen und ihr verlorengegangenes Enkelkind abholen? Du bist so ein Arsch. Oh, someone else is sugar. Someone else is sugar. Sweetie. Ich bin Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker.